Hallo ihr Lieben, ich bin die Vivienne und ich zeige euch heute drei ganz einfache Übungen für die Arme, die ihr zu Hause oder draußen in der Natur nachmachen könnt. Für unsere erste Übung brauchen wir einen Stuhl oder eine Bank. Wir lehnen uns mit unseren Händen und unserem Körpergewicht auf die Bank oder auf den Stuhl. Unsere Beine halten wir in einem 90 Grad Winkel und zwischen den Beinen sollte ungefähr eine Handbreite frei sein. Und jetzt ist es ganz einfach, wir gehen mit unseren Armen so weit runter wie möglich. Wieder runter. Das machen wir fünfmal. Stellen uns aufrecht, schütteln uns kurz aus und wiederholen das Ganze zweimal. Für unsere zweite Übung brauchen wir auch wieder die Bank oder den Stuhl. Wir machen einen Seitstütz. Wir lehnen uns mit unserer Hand auf der Bank ab und somit verlagert sich unser komplettes Körpergewicht auf den Arm. Wir schauen, dass wir eine gerade Linie haben. Bauch anspannen und so 15-20 Sekunden halten. Wir setzen ab. Und wiederholen das Ganze auf beiden Seiten zweimal. Die dritte Übung machen wir auf dem Boden. Wir machen einen Unterarmstütz. Unsere Hände liegen ungefähr auf Schulterbreite in einem 90 Grad Winkel. Wir gehen mit geschlossenen Beinen nach oben, ziehen das Becken an uns ran und spannen den Bauch an. Somit verlagert sich unser ganzes Körpergewicht auf die Arme und wir halten das 30 Sekunden. Wir setzen wieder ab und wiederholen das Ganze zweimal. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Übungen. Bleibt fit, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.